Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen mit Kosovo, da geht es wieder ab und ich sollte mal ein bisschen reinschauen, damit ihr ein bisschen versteht, was da abgeht, weil ich glaube, hier wird zu wenig darüber geredet. Herzlich willkommen! Heute blicken wir zunächst auf die French Open in Paris, wo Tennisstar Djokovic nach seinem Auftaktmatch auf eine Kamera schrieb, Kosovo ist das Herz Serbiens, hört auf mit der Gewalt. So, das ist, was ihr gefragt habt, Kosovo ist das Herz Serbiens, wurde vorher gefragt, warum das gesagt wurde von Djokovic, deswegen, weil Kosovo, sie haben auch Kosovo ist Serbien, sagen sie immer, Kosovo, die Serben sagen, Kosovo gehört zu Serbien, es ist einfach ein Teil von Serbien und Kosovo war auch ein Teil von Serbien und hat sich abgespalten. Das bezieht sich auf die Ereignisse im Norden Kosovos. Dort protestieren Serben mit Gewalt gegen die Amtseinführung albanischer Bürgermeister und etwa 30 NATO-Soldaten der KV-Friedenstruppe wurden dabei verletzt. Ist euch was aufgefallen? Ist euch aufgefallen, was gerade gesagt wurde? Die KV-Friedenstruppen. Friedenstruppen. Er ist in Serbien geboren und dort erkennt man die Unabhängigkeit Kosovos nicht an. In der ehemaligen Region Serbiens leben mehrheitlich Albaner und sie erklärte ihre Unabhängigkeit im Februar 2008. Zum Verständnis des provokanten Statements des Tennisspielers ein Blick auf die Geschichte und die geografische Lage der Region. Kosovo grenzt an Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Albanien. Die Bevölkerung besteht unter anderem zu 90 Prozent aus muslimischen Albanern und zu 6 Prozent aus Serben, orthodoxen Christen, die vor allem im Norden leben. Sie fordern die Angliederung an Serbien, zu dem Kosovo vor der Auflösung Jugoslawiens gehörte. Denn seit 1946 war Kosovo eine autonome Provinz der Republik Serbien, ihrerseits eine der sechs Teilrepubliken Jugoslawiens. So, und das ist der Punkt. Diese Teilrepubliken von Jugoslawien haben sich eins nach dem anderen abgespalten, ja, durch den Jugoslawienkrieg. Oben hat es zuerst hier angefangen mit Slowenien. Slowenien ist als erstes raus. Dann ist Kroatien raus, dann ist Bosnien raus, dann gab es Serbien und Montenegro, das war quasi das Rest Jugoslawien. Kosovo hat zu Serbien gehört, dann hat Montenegro sich auch verabschiedet aus dieser ganzen Nummer und hat gesagt, okay, raus hier. Und dann als nächstes wurde Kosovo abgespaltet. Achso, Mazedonien natürlich hat sich unten auch abgespaltet. Aber dann wurde auch Kosovo abgespaltet und Kosovo gehörte schon immer zu Serbien. Republik Serbien, ihrerseits eine der sechs Teilrepubliken Jugoslawiens. 1991 begann sich Jugoslawien aufzulösen und die Kosovo-Albaner führten ein Referendum über ihre Unabhängigkeit durch. Ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommen alle diese Länder auf einmal darauf, sich abzuspalten, nach 50 Jahren, 60 Jahren. Alles wurde wegen Basketball zerstört, damit die USA immer gewinnt, ich schwöre, oder? Als die Befreiungsarmee des Kosovo, die UGK, gegründet wurde, die sich ab 1998 Belgrad widersetzte. Ja, das heißt irgendwie, während noch Krieg war, mehr oder weniger, haben die sich da angefangen zu wehren und zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt hier auch absetzen. Hat das ethnische Hintergründe? Na ja, hat ethnische Hintergründe, aber man muss sich fragen, wieso ist es einfach irgendwie 50 Jahre lang oder 45 Jahre lang, hat es funktioniert? Und dann auf einmal gibt es aber ethnische Hintergründe, warum es auf einmal nicht mehr funktioniert. Wieso? Was war denn los? Massiver Bombenangriffe der NATO im März 1999 führte Serbien eine Politik der ethnischen Säuberung durch... Genau, noch einmal, was haben sie gesagt? ...98 Belgrad widersetzte. Trotz massiver Bombenangriffe der NATO im März 1999 führte... Ihr habt es völkerrechtswidrig vergessen schon wieder. Ihr habt es völkerrechtswidrig vergessen, ja. Bombenangriffe der NATO klingt so, als wäre das irgendwie cool oder so. ...de Serbien eine Politik der ethnischen Säuberung durch und 800.000 Kosovo-Albaner flohen in die Nachbarländer. Die Verstärkung der Luftangriffe durch die NATO führte schließlich zur Einstellung der Kämpfe. Ab Juni 19... Uranabgereicherte Munition, hättet ihr auch sagen können. Das ist das erste Mal, dass Deutschland sich ja an einem Außenangriff auf ein anderes Land beteiligt hat seit dem Zweiten Weltkrieg. ...wo dann von der UNO verwaltet und die NATO... Ah ja, ja, das ist der beste Part. Pass auf, pass auf. ...Verstärkung der Luftangriffe durch die NATO führte schließlich zur Einstellung der Kämpfe. Ab Juni 1999 wurde Kosovo dann von der UNO verwaltet und die NATO stellte eine Friedenstruppe zusammen. Ist das nicht geil? Ja. Ab 1999, nachdem die NATO völkerrechtswidrig das Land in Schutt und Asche gebombt hat, mit Uranabgereicherter Munition, hat sich plötzlich um Kosovo die UN gekümmert und die NATO-Friedenstruppen. Ja, NATO-Friedenstruppen, nachdem sie ein Land einfach zerbombt haben. Ja, wir müssen jetzt hier einfach nur eine Sache vor... Aber lassen wir kurz noch laufen. Die KV. Die KV. Am 17. Februar 2000... So, und dann springen wir acht Jahre nach vorne. Empathische Solidaritätsbomben, Friedensbomben. Hey, weißt du, wie dieser völkerrechtswidrige Angriff geheißen hat auf Serbien damals? Der barmherzige Engel. So haben sie den Angriff genannt damals. Der barmherzige Engel hat das geheißen, ja, wo sie völkerrechtswidrig Leute weggebombt haben, mit Uranabgereicherter Munition. Aber was ich erwähnen muss, ist Vukovar. Da war der Westen sehr ruhig. Ach so, du, ja, haben ja auch zugeschaut, wie Bosnien abgeschlachtet werden, vier Jahre lang. Haben sogar Waffen geliefert und Kredite, wie sich das halt so gehört. Ja, auf jeden Fall, jetzt kommt das Beste. Am 17. Februar 2008 erklärte das kosovarische Parlament Kosovo für unabhängig. Wie Serbien erkennt auch Russland Kosovo nicht an. Am Montag erklärte außen... Warum erkennt Serbien wohl Kosovo nicht an? Da kommt einfach eine Truppe, bombardiert einfach Serbien. Und dann kommt einfach die UN-Verwaltung, nimmt Kosovo ein und die Friedensgruppen der NATO, die zuvor einen völkerrechtswidrigen Angriff geführt haben. Und plötzlich ist das Land unabhängig und Serbien kann nichts dagegen machen, weil sie nochmal Bomben auf den Kopf kriegen. Das heißt, was die hier einfach praktisch gemacht haben, es ist einfach so, wie wenn ein... So, brechen wir das einfach runter, okay? Ein fremdes Land, Deutschland und Amerika, kommen, bombardieren ein Land und spalten dann einfach einen Teil des Landes einfach so ab. Ich weiß nicht, wie würde man das in anderen Ländern nennen, wenn jemand sowas machen würde? Wenn jemand einfach reinkommt und plötzlich sagt, ich nehme mir einfach einen Teil des Landes, ich bin zwar der Aggressor, aber die sind jetzt unabhängig und wir beschützen die, das ist halt so. Wie würdest du das nennen? Meinst du, wie in der Ukraine gerade der Russe es macht? Habe ich das gesagt? Naja, aber hier ist es vollkommen in Ordnung. Hier ist es einfach der barmherzige Engel. Wie Serbien erkennt auch Russland Kosovo nicht an. Am Montag erklärte Außenminister Lavrov, im Zentrum Europas braut sich eine große Explosion zusammen. Und er meinte wahrscheinlich nicht die Ukraine, ne? Die sind alles so lächerlich. Ja, ja, das ist alles, was sie dir erklärt haben. Was sie dir nie erklärt haben, ist das, was ich dir erklärt habe. Das haben sie natürlich nicht erzählt. Ja, das haben sie natürlich nicht erzählt. Warum sollten sie auch das erzählen? Nächster Beitrag, das war Arte, jetzt Welt. Bei gewaltsamen Protesten von Serben im Norden des Kosovo sind nach NATO-Angaben mindestens 25 Soldaten der KV Friedensdruck. Und die Geschichte ist immer, die Geschichte ist egal, was dort passiert. Es ist einfach alles, was ihr wissen müsst. Serben sind die Bösen, Kosovo sind die Guten. Also Kosovo-Albaner sind die Guten. Fertig. Mehr musst du nicht wissen. Das ist irgendwie so der Level der Berichterstattung. Welche Rolle in diesem ganzen Ding, die Dingsspielen der Westen und die IWF-Kredite, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, die auch dazu geführt haben, dass das Land zerfallen ist. Das ist überhaupt kein Thema. Das wird auch nie besprochen werden. Joa, so sieht es aus. ...verletzt worden. Verbrennungen und Knochenbrüche haben sie wohl erlitten. Hintergrund sind Bürgermeisterwahlen, die im Norden des Kosovo stattgefunden haben und deren Ergebnis von den dort lebenden Serben nicht anerkannt werden. Besser gesagt ist die Geschichte so. Serben, also der serbische Präsident hat die Serben im Kosovo aufgerufen, bei den Wahlen nicht teilzunehmen und dann haben sie an den Wahlen nicht teilgenommen und die Wahlbeteiligung lag irgendwie bei drei Prozent oder sowas Absurden und es hat ein albanischer Bürgermeister gewonnen und dann, wo er ins Amt gekommen ist, sind die ausgezuckt und sind hingegangen und wollten irgendwie das angreifen und einfach sagen, du wirst uns nicht regieren. Und um das zu verhindern, haben sich die NATO-Truppen in den Weg gestellt und einfach gesagt, nein, 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 ihr könnt hier nicht einfach irgendwas machen, wir sind hier die Polizei. Also NATO hat interveniert. Und jetzt wurden 40 Soldaten von der NATO verletzt. Jetzt wurden 40 Soldaten von der NATO verletzt und ja, jetzt sind wir an der Stelle. Brutal prügeln Männer mit Knüppeln auf die ungarischen und italienischen KFOR-Soldaten der NATO-Friedensmission ein. Auch die NATO-Friedensmission. Ja, Mann. Die Bundeswehr ist Tierstation. Ach so, dass wir uns hier an dieser Stelle verstehen. Ich habe das schon einmal gesagt, aber ich sage das noch tausendmal, damit das alle verstehen. Ich bin kein Serbe, ich halte auch nicht zu den Serben, aber ich lasse mich auch nicht verarschen. Das ist mein ganzer Punkt, okay? Ich bin gegen die serbischen Nationalisten. Die serbischen Nationalisten haben mich vertrieben. Ich bin ein Opfer von denen, buchstäblich. Und ja, ich bin gegen sie natürlich, selbstverständlich. Aber ich lasse mich hier nicht von irgendwelchen NATO-Leuten komplett verarschen, dass sie mir hier erzählen, wie bla bla bla, ja? Das brauche ich einfach nicht, okay? ... explodierende Brandsätze verletzen Dutzende Soldaten. Serben protestieren gegen gewählte Bürgermeister, die albanischstämmig sind. Der US-Botschafter meint die Regierung des kleinen Landes zur Zurückhaltung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es für uns ist, jetzt eine Deeskalation im Norden zu erreichen und wie wichtig es ist, Schritte... Auf einmal ist das nicht lustig, wie die NATO auf einmal für Deeskalation ist? Ist das nicht seltsam? ... zu unternehmen, um die Spannungen dort abzubauen. Und wir haben dem Premier gebeten, sicherzustellen, dass eine Deeskalation erreicht wird. Keine Ahnung, Sarah Wagenknecht, die auch von Deeskalation in der Ukraine geredet hat, ist ein Nazi, aber sie sind hier die coolen und Friedenstruppen. Lustig, oder? Eben, und diese Scheiße mag ich nicht. Diese Scheiße mag ich nicht, verarsch mich nicht. Verarsch mich einfach fucking nicht. Ich bin nicht für die Serben, ich bin doch nicht für die serbischen Nationalisten, ich bin ja nicht verrückt. Aber, alter, verarsch mich nicht. ... sowohl nicht auf dem Balkan zwischen Serbien und Albanien... Ja, ja, NATO und Höcke wollen beide Frieden, oder? Die NATO-Mission KFOR soll ein friedliches Miteinander, vor allem im Norden des kleinen Landes, garantieren, wo der Konflikt... Ja, 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 die soll ein friedliches... Siehst du, die NATO soll hier ein friedliches Miteinander erreichen. Klar, deswegen haben sie vorher mit Uran abgereichert der Munition bombardiert. Macht total viel Sinn. In meinem Kopf. Alles gut, ja. Hat natürlich nichts. Will Höcke in die NATO? Kappa. Will Höcke in die NATO? Ich glaube, Höcke ist schon in der NATO. Ich glaube, er will eher raus. Ja. Danke, Frau Wolle-Bappus. ... jetzt ausbrach. Die NATO versucht, die Lage zu beruhigen. NATO versucht, die Lage zu beruhigen. Das hört man auch nicht oft. Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel. Die Gewalt muss sofort aufhören. Wir rufen alle Seiten auf, Handlungen zu unterlassen, die die Spannungen weiter anheizen und in Dialog zu führen. Wann haben Sie ja das letzte Mal sowas Schönes von der NATO gehört? Das ist doch Wahnsinn. Da sind wir doch vollkommen einer Meinung. Da sind wir ja vollkommen einer Meinung. Das ist ja... Die klingen ja wie Sarah Wagenknecht. Was sind das einfach für Wagenknechte hier? Das heißt es in einer Presseerklärung. Mit Serben kann man nicht verhandeln. Ja, was ist denn? Was ist denn hier Frieden, Verhandlungen? Ich weiß ja nicht. Wahnsinn. Dutzende Soldaten sind verletzt worden. Angeblich auch über 50 serbische Demonstranten. Aber eine Sache muss man schon verstehen hier an dieser Geschichte. Die Serben da dort drüben und die Albaner, Kosovo-Albaner und so, das sind alles durch und durch Meganationalisten. Also diesen Nationalismus, der zum Beispiel in Serbien herrscht, den könnt ihr euch hier gar nicht vorstellen. Das heißt, es gibt hier bei euch so Leute, die man Nazis nennt, die sind dort irgendwie Normalität. Also die sind dort irgendwie so, die fallen gar nicht mehr auf oder so. Die sind so nationalistisch in Serbien, das ist vollkommene Normalität bei denen. Serbien hat seine Truppen in Bereitschaft versetzt. Also nicht nur in Serbien, sondern auch in Bosnien, in Kroatien, überall dort. Also auf dem Balkan, in ehemaligen Jugoslawien. Wo bleibt der Friedensschwurbler-Text von Sascha Lobster? Das ist eine gute Frage natürlich. Das ist eine gute Frage. Er müsste doch sowas bringen, hat er aber nicht. Das Interessante ist, ich habe dann das hier gesehen, ich möchte das nur schnell zeigen. Julian Röpke, ich weiß nicht, ob ihr Julian Röpke kennt, er ist ein Journalist bei der Bild-Zeitung. Und er schreibt hier, 41 verletzte KFOR-Soldaten durch organisierte serbische Angreifer mit Z-Symbolen. Warum schießen wir nicht zurück? Das Interessante ist, ich habe ihm dann geantwortet und ich habe ihm gesagt, auf Unbewaffnete, Schießen ist natürlich eine mögliche Option. Eine andere wäre, sich aus Ländern zu verpissen, in denen man imperialistisch die Weltpolizei spielt. Weil das ist das, worum es geht. Es ist einfach, die sind irgendwo hingekommen, in ein Land, um dort einfach Friedenspolizei zu spielen, nachdem sie völkerrechtswidrig angegriffen haben. Und jetzt beschweren sie sich darüber so, boah, 40 unserer Soldaten wurden verletzt. Ja, vielleicht seid ihr einfach im falschen Land. Was macht ihr dort eigentlich überhaupt? Ja, was sollen wir den Kosovo den Serben überlassen? Na, ich meine, wie würde es dir gehen, wenn plötzlich jetzt die Serben zu dir kommen und die nehmen dir einfach Texas weg, um es vom Biden-Regime zu schützen? Würdest du das normal finden? Würdest du da okay dazu sagen? Wäre das etwas, wo du einfach so dazu machst? So, was reden wir hier? Der Premier unterstellt seinem kosovarischen Kollegen... Und wie gesagt, ich argumentiere hier nicht, weil ich die Serben mag, sondern ich argumentiere hier einfach, weil ich das Völkerrecht mag. ...den Konflikt anzuheizen. Ich fordere... Das ist ein Widerling, Alter. Die Serben im Kosovo, und ich weiß, wie sie sich fühlen und wie schwierig es für sie ist, auf, nicht in einen Konflikt mit der NATO zu geraten. Nicht, weil ich Angst habe oder weil einer von uns Angst hat, aber weil es... Siehst du, verstehst du, wenn du Jugo-Nachrichten schaust, dann ist es ganz normal, dass der Präsident sagt, es ist nicht, weil wir Angst haben oder ich Angst habe oder irgendwer Angst hat. Es geht ja nicht um Angst, Mann. Sondern wir provozieren, oder verstehst du? Das ist, was Premier Kurti am meisten will. Der Kosovo erklärte sich 2008 für unabhängig. 1,8 Millionen Menschen leben dort, 120.000 sind Serben. Erklärte sich unabhängig. Mhm. Ja, genau. Erklärte sich unabhängig. Mhm. Sie boykottiert... Einfach so erklärte sich unabhängig. Die letzte demokratische Wahl. Für Serbien ist der Kosovo lediglich eine autonome Provinz. Ja, da kommt man ja immer dorthin und sagt sowieso, ja, aber dort gab es ein Referendum. Ja, wirklich, ist das so. Wo gibt es kein Referendum? Ja. Es ist ja, es gibt immer ein Referendum, wenn man irgendetwas da erledigen muss. Ja. Die jüngsten Ausschreitungen im Nordkosovo mit 80 verletzten NATO-Soldaten und serbischen Zivilisten markieren den gewaltsamsten Konflikt der vergangenen Jahre in dem kleinen Balkanland. Im Kosovo, der sich 2008 für unabhängig... Weil der Punkt ist, man kann jetzt an dieser Stelle natürlich fragen, ähm, ja, weil Leute sagen so, ja, was soll denn passieren? Sollte sich die NATO einfach raushalten aus dem Ganzen? Sollten sie einfach das alles so überlassen und hin und her? Hey, ich weiß nicht. Alles, was ich weiß, ist, dieses Land, Jugoslawien, hat eigentlich ganz gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo dort die Demokratie eingeführt wurde und den Leuten plötzlich gesagt wurde, ihr braucht einen Kredit von uns. Also der IWF, wo er gesagt hat, einfach, ihr braucht einen Kredit von uns und wenn ihr den Kredit wollt, dann solltet ihr euch abspalten. Und plötzlich wollten sie sich abspalten und plötzlich gab es Krieg und dann hat sich der Nächste abgespaltet, der Nächste abgespaltet, der Nächste abgespaltet, ja. Und so ging das die ganze Zeit, weiter bis alle abgespaltet wurden von Serbien, weil Serbien nah zusammen mit Russland war. Serbien ist Russland verwandt. Deswegen, so war es, glaube ich, global betrachtet, wichtig, um das Ganze abzuspalten, ja. Weil man einfach nicht, Jugoslawien war ziemlich stark, weil man es nicht auch da mittendrin haben wollte, als Verbündeten von Russland und dieses, jenes, ja. Ja, und ich denke, es hätte diesen ganzen Krieg und diesen ganzen Scheiß hätte es absolut nicht geben müssen. Das hätte es einfach nicht geben müssen. Jetzt im Nachhinein, wo es den Krieg gegeben hat, da reinzukommen und zu sagen, na ja, aber vielleicht ist gut, dass wir hier für Frieden sorgen. Ja, gut, aber ich meine, was ist vorangegangen, Mann? Wer hat die ganzen Leute an die Spitze gebracht, die Nationalisten? Wer hat die ganze Propaganda gemacht für diesen ganzen Scheiß? Wer hat einfach die Waffen geliefert? Von wo ist das alles gekommen? Und jetzt auf einmal wirst du Frieden spielen? Wieso hast du fucking nicht Frieden gespielt, bevor das Ganze losgegangen ist mit den Krediten? Wieso hast du nicht Frieden gespielt? 91, ja. Oder 90 eigentlich schon. Das hat ja im Juni 90 angefangen mit Slowenien. Wieso hast du damals nicht Frieden gespielt? Nein, sondern zuerst einfach mal Waffen liefern, Kredite geben für Spaltung, völkerrechtswidrig bombardieren hin und her und dann groß schreien so, wir sorgen ja nur für Frieden. Ach, komm einfach. Ich habe das Argument gehört, dass das Geld nach Belgrad floss und das hat der restlichen Jugoslawien halt nicht gepasst. Es gab dieses Problem in Jugoslawien vorher. Es gab das Problem, dass die Kroaten und die Slowener dadurch, dass sie einen Zugang zum Meer haben, mehr verdient haben als die Kosovo-Albaner und die Mazedonier und das Geld aber in Jugoslawien so halbwegs fair verteilt wurde, damit alles prosperieren kann. Weil man gesagt hat einfach so, jo, nur weil ihr am Meer seid und einfach Tourismus habt, solltet ihr nicht im Wohlstand leben und alle anderen haben gar nichts. Das ergibt keinen Sinn. Komm, verteilen wir ein bisschen um. Und dagegen waren die Kroaten, dagegen waren die Dings, ja. Und dann diese ganzen Leute, die später an die Macht gekommen sind, in Serbien, Bosnien, Kroatien, die ganzen Führer der größten Volksgruppen, so Milosevic und Isetbegovic und Tudjman, ja. Isetbegovic und Tudjman, die waren im Knast, Alter. Die hat Tito einfach im Knast eingesperrt, weil die einfach Nationalisten waren und weil die einfach gehetzt haben. Und dann ist aber, sobald Tito gestorben ist, hat man die einfach aus dem Knast rausgeholt, hat einfach gesagt, so, hey, wollt ihr nicht ein bisschen euch spalten und ein bisschen irgendwie so, hey, wenn du solche Leute hast, dann, du sagst Tudjman war Hardliner, die waren alle fucking Hardliner, ja. Der Punkt ist nur, wenn du solche Leute in deinem Land hast, es ist einfach nicht schwer, das Land zu spalten. Du hast diese Konflikte, es ist im Zweiten Weltkrieg, hat man sich gegenseitig abgeschlachtet. Und das wurde nicht so richtig aufgearbeitet, leider, ja. Und das wieder aufkochen zu lassen, das ist eine Frage von, haben wir eh gesehen, von einem Jahr im Endeffekt. Ja, okay, na gut, fünf Jahren, ja, zehn Jahren vielleicht. Das hat man so schnell aufgekocht und plötzlich waren alle nicht mehr Jugoslawen, sondern mit jeder war einfach so ein, weißt du, es ist scheiße, ich bin nur ziemlich angepisst, wenn man mir einfach etwas als Friedensmission verkaufen will, was man irgendwie selber mit angezettelt hat. Ich mag das nicht. Erklärte und vom Nachbarland. Und wo sehr viele von unseren Mitmenschen und unseren Landsleuten gestorben sind und ihr Leben dafür gelassen haben. Und dann erklärt man mir irgendwas, wie man dort eigentlich Frieden bauen wollte. Das ist so, das ist, ja, naja. Zwei Millionen Albaner im eher ländlich geprägten Norden des Landes an der Grenze zu Serbien, rund 50.000 Serben mit dem Staat Kosovo, der ehemaligen... Ja, du sagst, da gibt es eine gute Doku auf YouTube, Bruderkrieg, sehr sehenswert, ja, aber das ist schon wieder eben so dieses, man lässt die Rolle des Westens vollkommen aus acht. Und dann gibt es aber eine Doku auch, die die gesamte Geschichte des Westens mit einbindet, aber die verharmlosen vollkommen die Taten von den Serben. Also die Doku ist mehr oder weniger nur dazu, um die Serben von ihren Gräueltaten reinzuwaschen. Aber sie erklärt halt den Zugang des IWFs zu dieser ganzen Nummer und des Westens. In der serbischen Provinz wollen Letztere nichts zu tun haben. Nein, es gibt keine neutralen Dokus. Du hast, schau, die ganze Erzählung vom Jugoslawienkrieg, da gibt es keine neutrale, das ist ja genauso wie mit der Ukraine heute, da hast du auch keine neutrale Berichterstattung. Das gibt es nicht. Das heißt, du hast entweder, entweder die Propaganda ist pro-Servisch, pro-Russisch oder die Propaganda ist pro-Westen. Ja, es ist einfach so. Wie kam es nun zu dem jüngsten Gewaltausbruch? Hintergrund ist die Wahl albanisch-stämmiger Bürgermeister, nachdem die serbischen Amtsträger auf Geheiß der serbischen Regierung in Belgrad im April zurückgetreten waren. Die Zusammenstöße begannen am Freitag. Militante Serben griffen die kosovarische Sonderpolizei an, die im Ort Zweckan den neu gewählten albanisch-stämmigen Bürgermeister ins Amt eskortierte. Die NATO-geführte Friedensgruppe KFOR, die mit UN-Mandat für Sicherheit schon wieder Friedensgruppe Freiheit sorgen soll, rückte ein, um Gemeindeämter in Zweckan und zwei weiteren Orten zu schützen. Rats am Freitag gab es erste Verletzte. Am Montag hatten sich wieder Serben zu Protesten. Ja, es ist ja auch interessant so, wenn du dir anschaust, die Flagge von Kosovo, so sieht die aus, wenn du zum Vergleich dir anschauen willst, so sieht die bosnische Flagge aus. So sieht die Kosovo-Flagge aus. Fällt euch was auf? Woher kommen diese Flaggen? Hat der IWF-Design schon, oder? Schaut so aus. Es ist ja auch, Kosovo ist ja auch nicht eigenständig, so wie Flair hat sie gefunden. Kosovo ist genauso gut eigenständig wie Bosnien, nämlich überhaupt gar nicht. Es ist einfach so, es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, sie haben einfach eine EU-Kolonie-Flagge gemacht. So fühlt sich das für mich an. Ich weiß nicht, ob das die Idee dahinter ist, weil es wurde eigentlich, glaube ich, designt von einem, ich glaube, es wurde designt von einem Bosnier sogar, die bosnische Flagge, aber wie viel Vorgabe er hatte und was nicht. Aber für mich schaut das auch wie so eine Kolonie-Flagge, so wie, keine Ahnung, Australien, die Kolonie-Flagge von England hatte, wo dann oben so die englische Flagge drinnen war, im kleinen Dings und dann die großen Dings. So wisst ihr, was ich meine? Die neuen Bürgermeister versammelt. Sie verlangten den Abzug der kosovarischen Polizei. Polizeifahrzeuge standen noch beim Gemeindeamt. Am Nachmittag hätten sie wegfahren sollen, doch das ließen die Demonstranten nicht zu. Die KV-Einheit setzte zur Auflösung der Proteste Tränengas ein. Dann eskalierte die Situation. Serben warfen Blendgranaten und Steine auf die Soldaten und griffen sie mit Schlagstöcken an. 30 Soldaten und etwa 50 Serben wurden verletzt. Wer sind die militanten Serben? Insbesondere Männer aus dem Milieu der Fußballhooligans und Kleinkriminelle. Eingespannt wurden sie wohl von lokalen serbischen Politikern und Geschäftsleuten, die wiederum im Interesse Belgrads handeln. Warum richten sich die Proteste gegen die neuen Bürgermeister? Weil sie Albaner sind und aus Wahlen hervorgingen, die diese... Die Commonwealth-Staaten mit dem Union Jack oben links. Genau, ja. Das ist, woran es mich erinnert einfach. ...serben auf Geheiß Belgrads boykottierten. Die Wahlbeteiligung lag unter 4%. Weil es ist auch das gleiche Design, wenn du dir das anschaust. ...sboykottierten. Die Wahlbeteiligung... Wenn du jemals in Bosnien warst, es ist die gleiche Schrift. Es ist das gleiche Design. Eins zu eins das gleiche Design. Die gleiche Schrift, alles ist gleich. Ja. Die gleichen Farben. Es ist einfach so, als hätten sie einfach einen Designer für beide Länder im Endeffekt. ...lag unter 4%. Die serbischen Amtsträger waren sofort zurückgetreten, weil die kosovarische Regierung in Kristina durchsetzen wollte, dass die Serben im Nordkosovo kosovarische Kfz-Kennzeichen verwenden und keine serbischen. Was bezweckt Serbien? Der Kosovo gehörte einst zu Serbien und Jugoslawien. Was bezweckt der Westen? Wäre eine gute Frage mal ausnahmsweise in irgendeiner dieser Berichterstattungen. Serbien betrachtet ihn als mythisches Zentrum des mittelalterlichen Serbischen Reichs. In der Folge von Jugoslawiens Zerfall intervenierte die NATO 1999 mit Luftangriffen gegen Serbien und Kriegsverbrechen Serbien. ...intervenierte. Spannend, wie man völkerrechtswidrige Angriffskriege umframen kann. Sowas aber auch. ...serbische Sicherheitskräfte gegen albanische Zivilisten im Kosovo zu stoppen. Das Land kam unter UN-Verwaltung und erklärte sich 2008 für unabhängig. Serbien erkannte die... Ja, aber woher hatten diese ganzen Leute in Kosovo die Waffen, um sich dann tatsächlich mit der UCK abspalten zu wollen von Serbien? Wie sind Sie auf diese Ideen gekommen? Wieso wollte sich das kleine Kosovo abspalten? Hatten Sie denn gar keine Angst vor dem großen Serbien, dass einfach die gesamte Waffenstruktur der ehemaligen jugoslawischen Nationalarmee hatte, mit denen sie vorher schon viel größere Länder planiert hat? Und dieses ganz kleine Kosovo hatte keine Angst, sich zu wehren? Wieso? Kann es sein, dass irgendwer, der größer ist, hinter ihnen stand und gesagt hat, wir werden euch helfen? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich stelle nur Fragen. Sie ist nie an und beharrt auf der Rückgabe seiner ehemaligen Provinz. Im Norden des Landes, an der Grenze zu Serbien, befindet sich ein kompaktes serbisches Siedlungsgebiet. Warum haben sich die Spannungen nicht schon längst lösen lassen? Die EU und die USA haben seit 1999 viel diplomatische Energie investiert. Die meisten westlichen Länder wie Deutschland, Großbritannien und die USA. Wo die Tante hier auftaucht, Lauf, weißt du? Das ist ja kein Geheimnis, dass die USA den Kosovaren geholfen hat. Und vergessen wir nicht, uns Bosnien haben sie ja auch geholfen, oder? Weißt du? Wie ein Corporate Design bei den Flaggen. Ja, schon, oder? Genau, das meine ich. Ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte nicht genau, aber es ist irgendwie ein bisschen offensichtlich so. Ah, er kannten den Kosovo 2008 sofort an. Naja, ja, natürlich. Wir dürfen, die Albaner lieben Amerikaner, aber, ja, 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 und die Bosnierer lieben auch die Amerikaner, oder? Das ist doch cool, ne? Ja, das ist, wenn man ungebildet ist. Dann passiert einfach dieser Shit. Aber, ja, leider. Aber ich kann euch eine Sache zeigen. Hier, schau mal. Das hier ist eine sehr interessante Sache. Das solltet ihr euch noch anschauen, nämlich Camp Bonsteel. Ja, Camp Bonsteel ist die Operation Headquarters of the Kosovo Force in Kosovo. Das ist eine, ein, ein, ein US-Militärstützpunkt. It's the regional command east headed by the United States Army and it supports by the troops from Greece, Italy, Finland, Hungary, Poland, Slovenia, Switzerland und Turkey. Es ist einfach praktisch eine, es ist einfach eine Militärbasis mitten unter Serbien. Ja. Praktisch, praktisch. Also rein geostrategisch betrachtet sehr praktisch. Deswegen ist Ursula zu Besuch. Ja, siehst du, hier hast du sie nebeneinander, die europäische und die Dings-Flagge. Spannend, oder? Schau sie dir an. Die zwei Flaggen nebeneinander. Faszinierend, oder? Fünf EU-Länder aber bis heute noch nicht. Na, schau noch besser. Faszinierend, oder? Spannien, Griechenland, Slowakei, Rumänien und Zypern. Das ist ein Manko für die EU-Diplomatie. Experten kritisieren, dass dem Westen eine Strategie fehlt, nicht nur für den Kosovo, sondern für die gesamte Region. Serbien und... Strategie fehlt. Ich glaube, die Strategie ist schon da, naja. Unter Präsident Alexander Vucic stützt sich auf Russland. Vucic regiert autoritär, trägt die EU-Sanktionen gegen Russland nicht mit, hat ein EU-vermitteltes Rahmenabkommen mit dem Kosovo. Er regiert wirklich autoritär. Nur der Punkt ist so, ich mag das wie Sie jedes Mal, wenn Sie jemanden nicht mögen, einfach betonen, er regiert autoritär. Ja, genau. ...vom Februar nie unterzeichnet und... Tut er, stimmt. ...kommt mit Ermahnungen davon. Wie reagierte der Westen auf die jüngsten Ausschreitungen? Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell erklärte, Gewalttaten gegen... Ja, ja, der macht auch mit China Geschäfte. Die Chinesen haben... Der hat halb Serbien den Chinesen verkauft. ...bürger gegen Medien, gegen Strafverfolgungsbehörden und die KFA-Truppen sind absolut inakzeptabel. Der Typ ist vollkommen... ...ekelhaft. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte die Entsendung weiterer 700 Soldaten an. Bislang sind 3000... ... Das ist sicher eine gute Lösung. Schick einfach noch mehr Römer hin. Ja, sicherlich so wie Römer einfach. 800 KFOR-Soldaten im Kosovo stationiert. Auch 70 Deutsche. Schick noch eine Legion, geht schon. Besteht die Gefahr, dass sich der Kosovo-Konflikt regional ausweitet? Derzeit nicht, obwohl Vucic wieder einmal die serbischen Streitkräfte... Also der Kosovo gehört Amerika und halb Serbien gehört China. Ja, kann man so sagen. ...in höchste Bereitschaft versetzt hat. Aber Beobachter erwarten nicht, dass der serbische Präsident eine offene Konfrontation mit der NATO im Kosovo wagt. Zugleich dient ihm die Spannung im Süden dazu, die Macht im eigenen Land stabil zu halten, trotz der jüngsten Massenproteste in Belgrad gegen seine autoritäre Herrschaft. Er regiert oder er regiert. Kapitalismus et des finest. Absolut, Mann. Absolut, Mann. Das ist ja... Ich wollte euch nur ein bisschen so einen Blick geben und die richtigen Fragen stellen, die hier natürlich nie gestellt werden, die ihr in keinem Bericht hören werdet, weil es einfach... Ja... Warum sollten sie euch das erzählen? Ja, das macht sehr wenig Sinn, dass sie erzählen, was ihre Interessen sind. Erzählen sie ja nie. Aber das zu hinterfragen, ist glaube ich, gehört dazu und ist wichtig. NATO exportiert Demokratie und Menschenrechte. So ist es. Und das ist... Umsetzung ist für euch, dass sie sich zerproblematisch ist, einen auf dem Schrauben bzw. Und der Schrauben ist es wichtig, wenn wir uns mit der Schrauben abeinten, dass sie ja nicht혀 wissen. Es ist wichtig, dass sie nicht immer auf der Schrauben um es so ein bisschen wie sie nicht bei mir ist. braucht,